Schweizer, Schweizer und ich Tchaka Was, the real Knossi ist auch mit am Start Ja, nice Dein Ernst Äh Dein Ernst, Knossi, bist du das Tatsächlich? Ja, das ist er Das ist der echte Knossi Wie krass, wie kommst du denn Auf so einen kleinen Channel wie mich Und das um die Uhrzeit Also wirklich Äh, krasse Sache Ich fühle mich gehrt, vielen Dank Was gibt's? Tja, was zur Hölle Echt Herzlich willkommen hier im VIP Chat von Knossi und mir Nein, echt Krass Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Wir spielen hier gerade so Wir zocken hier gerade so ein bisschen Um die Channel Points Und haben gerade Verlosungen gemacht Und ich glaube die letzten Ähm Ich weiß gar nicht Die letzte Dreiviertelstunde oder sowas Haben wir hier nur gezockt Oh Das nehmen wir natürlich an Nehme ich an Und? Mit Ausrufezeichen Exept Ah, verdammt Ah, nein Was? Es gibt's Ja, oh ja Ja, Knossi, was hast du denn gemacht heute? Den ganzen langen Abend lang Wenn ich fragen darf Hat er nicht auch gestreamt? Das habe ich nicht gesehen Das weiß ich in der Tat nicht Gibt er nicht gerade? Hm, weiß ich nicht Krasse Sache Ich fühle mich tatsächlich sehr geehrt Von so einem großen Streamer Hier Besuch zu bekommen Ich jetzt langsam Ja, Entschuldigung Darf ich doch ausdrücken Hast du verloren, ehrlich? Ja Ich finde, ihr solltet mal den Knossi herausfordern Los Das ist Ich weiß nicht, ob das jetzt geht Theoretisch doch Natürlich müsst ihr das Tja, keine Ahnung Ach so, verdammt Ja, warte Warte, warte, warte Ich werde hier Dem Knossi mal Ein paar Panteras überreichen Denkst du, der kommt auch? Nein, Discord Das glaube ich Ich vermute es fast nicht Aber man kann sie mir anbieten So, jetzt Jetzt fordert mal raus Ausrufezeichen Accept Ach, du gehst schlafen? Ich geh schlafen Naja, gut Schade Sehr schade Wenn du willst Kannst du natürlich die Herausforderung noch annehmen Mit Ausrufezeichen Accept Und schon sind sie alle Sind sie alle ruhig hier Viel Spaß noch Vielen lieben Dank Und danke für deinen Für deinen Besuch Ich fühle mich tatsächlich geirrt Also sehr, sehr nice Und eine gute Nacht Auf jeden Fall Ich wünsche einen guten Schlaf Wohlverdienten Schlaf Wenn du auch gestreamt hast Wenn du auch gestreamt hast Ich hoffe es macht euch ganz gut Wenn du auch gestreamt hast Ich wünsche mich jetzt mal um alle ruhig hier